Hier ist noch ein Support-Bändchen von dem Mainz Open und das kostet dann auch 5 Euro. 5 Euro? Hättest du die? Ob ich die habe? Ja. Warte mal kurz, habe ich die? Ich habe die nur unsere. Tatsächlich, normal für Vanilleeis, aber heute dementsprechend für das Bändchen. Ja, vielen lieben Dank, freue ich mich. Halt mal bitte kurz. So, dann können wir uns mal direkt überstreifen. Wie gesagt, und dann ziehen wir es mal ein bisschen kürzer. Jetzt machen wir dann direkt, kann man die Werbung rücken, kann man ein bisschen ziehen dürfen nach innen, genau. Schauen wir mal, ich glaube, das jetzt auch geht. Guck mal, reicht schon, wunderbar. Jetzt können wir es mal nebeneinander halten. Das ist das gleiche Bändchen, jawohl, das ist es. Also von daher, gute Zeit, die Mainz Open, alle sind herzlich willkommen. Bis dann.